Ja, schaffen wir es heute? Nein, 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 nein. Also so scheint das schon mal nicht zu gehen. Wir müssen einfach rennen. Ja, ich weiß, wir sind sowieso. So, da war doch was. Uninteressant. Wollten wir nicht. Nein. Da stehen drei MWs. Drei. Ach, Mann. Äh, ja. Da war doch was. Und er ist wieder weg. Hm. Ja, haben wir jetzt wieder genug Leben? Da ist er. Nein. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wir verziehen uns. Steht er jetzt nur noch alleine da, oder? Ja. Au. Äh, wie oft. Ah. Das. Ach, Mann. Nein. Da ist das Ding leer. Da war eine. Los, los, los. Ja. Da ist eine. Meins. Wo ist er? Das war nicht der Plan. Schon wieder leer. Kommen wir jetzt da hin und können die Waffe holen? Das wird schwer. Sehr schwer. Ja, oder unmöglich. Oh. Mein armer Rücken. Und wie kriegen wir das Ding jetzt? Das hat geklappt. So. Nehmen wir das Bessere mit. Ach, dürfen wir wieder nicht, ne? Wo, wo, wo? Komm her, du. Ah, ah. Notöffnung? Was? Wie? Wo? Nein. Fahrstühle sind scheiße. Was? Willkommen in der Scherbe? Du bist zu leise. Das ist schon wieder. Okay. Es hat über 100 Stockwerke nicht geschätzt. Nur einheiten. Der Wunder auf den Beruf zum Bürgermein der Keller. Die Scherbe bietet einige der spektakuliersten Aufblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken noch 10 Sekunden mit dem bestattet. In unserer hälften die vier Hälter. und T-Shirts und eine große Ausbau sind kein Zwenk und Erfrischungsgetränke. Lasstet Sie Ihre Waffen bald. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Was nö. Wow. Äh, ja. Ich bin doch raus. Haha. Da lag zwar immer noch meine Waffe, aber ist gut. So, klappt das? Wow. Ja. Aber warum gehen wir jetzt nach unten? Wir wollten hoch oder nicht? Waren wir oben, waren wir unten? Ich habe sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüstungssystem geben. Es führt sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können sie die Kerle abschütteln. Hm. Ja. Aua. Ach so, jetzt ist die Klappe zu. Hm. Ich werde es jetzt schon wieder verfluchen. Wohin denn sonst? Hallo, ich habe gedrückt. Ich habe abrollen gedrückt. Ach, Mann. Runter. Kann ich mich hier nicht einfach runterlassen? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. Von hier an die. Das war zwar jetzt nicht der Plan, aber okay. Es hat geklappt. Warum ist das jetzt nicht mehr rot? Gut. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Äh, ja. Okay. Ach so. Okay. Ja, doch. Äh, okay. Geht das? Ja. Äh, okay. Okay. Ach, nö. Ach, nö. Mensch. Hm. Äh, ja. Ja. Spring du doch mal rum. Das Spiel lässt einen manchmal wirklich verzweifeln. Ach so, ja. Spring, springen, Kuh. Äh, warum was zum... Jetzt macht es es wieder nicht. So, wo wollen wir jetzt hin? Ich will ja da dran springen. Ich. Aha. Da nicht, hier drüber. Wow. Hm. Ich fühle mich gerade wie in Half-Life. Warte nur noch auf eine Face... Äh, Headcrap. Oh, oh. Nein, mach wieder nicht das, was man dir sagt. Äh. Ist? Ah. Okay. Sag mir nicht, ich muss da irgendwie hoch. Da war zwar ein Koffer, aber der ist uns jetzt mal egal. Ach, Mann. Jetzt sehe Sie. Ein Scharfschützenthema überwacht, dieses Gebiet. Hm. Seien Sie vorsichtig, Faith. Hm. 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 Ja, mach auf. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Dann heißt das wahrscheinlich da, 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 da. Au. Wow. Okay, das war anscheinend nicht der Plan. Sag ich, ja. Das wird wieder so zum Verzweifeln. Da drüben sind lauter Scharfschützen. Und wir müssen trotzdem da lang. Bumm. Aua. Da wirst du schon zweimal getroffen, bevor du hier drüben bist. Ach ja. Ich werde verzweifeln. Da geht's nicht rüber. Wow. Oh, oh. Ihr wollt mich alle verarschen. Da muss ja ziemlich wichtige, ne, very important person drin sein, da. Hätte ich mir nicht irgendwo eine kugelsichere Weste klauen können? Das geht nicht gut. Oh, doch. Ja, ich hätte mal schneller lesen sollen. Das wird nix. Geht er hoch. Nein, nein, nein. Katsching. Äh. Nein. Ich sollte eventuell doch das Teil benutzen. F für Zoom. Okay. Was? So. Wo ist der andere? Wo bist du? Jetzt machst du dir eine Hose, ne? Bäm. Oh, ja. Ah. Vor ihm gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zur Kate kommen. Ja, okay, okay, okay. Diese Fahrstuhlfahrten sind dauernd immer so scheißenlange. Hallo, geh auf. Oh, nein. Was haben Server mit Strom zu tun? Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anzug. Sie müssen sich beeilen. Was so... Was ist Yea, wir sehen uns? Der verönt, ist al rocking.